Leute, wie versprochen noch das Ranked Update Video für diesen Tag, das zweite Video. Ich habe ein Gerücht gehört, dass die Kosten für die Matches wieder angepasst werden sollen. Ob das die einzige Änderung bleibt, die jetzt zeitnah kommen könnte, ohne Ankündigung, kann ich euch leider nicht sagen. Ich habe nur das Gerücht gehört, dass die Kosten pro Match angepasst werden sollen. Denn so wie wir es früher kannten, ob die Kosten exakt so bleiben, wie in Season 16 zum Beispiel, von Rookie bis Predator. Wir sind ja aktuell bei minus 35 Punkten, egal wie hoch wir sind und das ist deutlich zu wenig. Und die Punkte sollen angepasst werden. Ich gehe davon aus, dass es wieder wie in Season 16 zum Beispiel sein soll. Wenn es denn wirklich kommt, die Problematik dahinter, die ich sehe, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, Ich bin kein Freund davon, das jetzt anzupassen, bevor nicht das komplette Ranked System nochmal komplett über den Haufen geschmissen wird und überarbeitet wird. Denn die meisten von euch, die jetzt schon eine Weile am Grinden sind, zwei Wochen ist jetzt die Season schon alt und wir merken es, spielst du mit Randoms, gibt es genug Randoms, die schimmeln irgendwo rum, in irgendeinem Berg, in irgendeiner Ecke, auf irgendeinem Baum und campen, bis sie in der Top 10 Liste stehen, um Pluspunkte zu bekommen. Wenn die jetzt aber die Kosten anpassen und eine Runde vielleicht nicht mehr 35 Punkte kostet, sondern 70 zum Beispiel, weil du vielleicht schon DIA bist, keine Ahnung, und bist kurz vor Master, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Leute campen doch noch viel höher, weil nämlich das Minus viel, viel krasser reinhaut, wenn wir jetzt mittendrin auf einmal die Punkte ändern. Also hoffe ich tatsächlich, das ist meine persönliche Meinung, ich hoffe, dass das jetzt nicht mittendrin einfach, zumindest nicht vor dem Mid-Season-Update geändert wird. Wenn, dann muss da mehr passieren, damit das Campen ein Ende hat, weil ich bin der Meinung, dass vielleicht Early KP Kills, noch bevor du die Top 10 überhaupt schon erreicht hast, die müssen mehr belohnt werden, weil man merkt tatsächlich im Rank-System, egal was du am Anfang machst, wenn du nicht wenigstens unter den Top 14 bist, minimierst du nicht nur deine Minuspunkte nicht, sondern du bleibst teilweise ab Platin bei Minus 35 und deine Kills und Assists sind einfach nichts wert. Jedenfalls geht es mir jetzt so, ich bin jetzt Platin 3 kurz vor Platin 2 und wenn ich nicht mindestens unter den Top 14 bin, bekomme ich für 2, 3, 4, 5 Kills, die teilweise da schon stattgefunden haben, nicht einen einzigen Punkt, sondern tatsächlich glatte Minus 35. Und wie gesagt, wird das jetzt angepasst, dann schimmeln die Leute noch mehr. Deswegen bitte passt die ganze Scheiße komplett an, ansonsten wird das Gekämpe noch viel krasser. Wie ist eure Meinung? Denkt ihr, genauso wie ich, wenn die Punkte jetzt angepasst werden und es wird noch teurer, dass noch mehr geschimmelt wird? Ich denke auf jeden Fall ja, viele von euch sagen ja, die Master Badge, sollte sie erreicht werden, ist nichts mehr wert. Ich sehe es ein bisschen anders, teilweise klar ist sie nicht viel wert, aber ich kann zumindest in meinen Livestreams zeigen, dass ich nicht rumcampe, nicht rumschimmel, ich suche die Fights und ich habe Bock zu fighten. Wer das allerdings nicht so macht und in irgendwelchen Ecken schimmelt, gammelt, kämmt, der hat es einfach nicht verdient und soll bitte einfach LittleBigPlanet oder so ein Scheiß spielen und aufhören, Apex noch beschissener zu machen, als es eh schon ist. Das könnt ihr alle, also alle, die jetzt zuschauen, die genauso scheiße spielen, geht bitte weg. Spielt Call of Duty oder irgendwas anderes, aber hört auf so zu spielen, Leute. Das macht keinen Spaß, wir machen uns als Community, alle, die so spielen, das Spiel selbst kaputt und heulen dann rum, wenn das System wieder geändert wird, weil es so ausgenutzt wird. Das ist sehr, sehr armselig, sehr, sehr jämmerlich und jeder, der dann eine Master Badge so erreicht hat, ihr seid armselig. Meine ehrliche Meinung, also hört auf, so scheiße zu spielen und erkämpft euch eure fucking Ranked-Punkte. Ehrlich? Ja. Noch irgendwelche Worte dazu? Eins noch, ja. Es gibt nämlich viele, die tatsächlich schon irgendwo landen im Drop, die Runde hat angefangen und droppen schon in einen Red Spot und machen nichts. Und das weiß ich nicht, wie man sich da so toll fühlen kann, um da Ranked-Punkte zu ergeiern. Das ist einfach ekelhaft. Also, wenn ich jetzt in der letzten Zone bin und dann irgendwie gucke, noch ein, zwei Platzierungen gut zu machen, okay, da bin ich völlig dabei, würde ich auch so machen, wenn es sich lohnt. Aber nicht schon im Early Game, wo es einfach um nichts geht und einfach, sorry, aber minus 35 Punkte, wenn die Runde mal nicht läuft. Das ist wirklich nicht die Welt. Also spielt bitte ehrlich, spielt vernünftig und macht euch nicht gegenseitig das Ranked-System kaputt. Das ist einfach schwach. Aber es muss definitiv verscandert werden, weil es wirklich einfach viel zu einfach ist. Leute, das war es jetzt von mir. Und jeder, der mit meinen ehrlichen Worten nicht klarkommt, mega all. Ihr wisst Bescheid, haut rein, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.